Juppie könntst eigentlich grad bei uns beide schnell den Multi- Twitch Links verteilen. Wie geht denn das? Ich hab einfach ein neues Browserfenster aufgemacht und ein Clan aufgerufen. So, ahem... 22, 24, 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 25, 25, 25, 26, 28, 22, 22, 23... ... und...12, 3. Gell! Das wollt ich 3 einmal nur holen. 3 einmal Lava mach ich, ne? Sag mal, Azorion, wolltest du dich auch irgendwie den Mist mal streamen und sagst du schon seit Tagen irgendwie? Hm? Ja? Azorion hab ich das gebracht. Nicht, kein von euch. So. Weil der, der wollte To the Moon streamen. Irgendwann den Mist. Ja, vielleicht auch ein Spiel für dich, Korax, aber es kostet halt. Ja, ich hab's ja bei dir schon 10. Och, mal schauen. Wie heißt der? Azorion. Ja, bitte, erzählen Sie mir mal. In der Lust und Laune, Bruder ist heute wieder da. Jupp. Ja, ich krieg ihn im Juli dann sowieso wieder besucht, das heißt, es ist dann noch, dass ich dann noch wieder Gastkommentare ins Stream-Mob. Ist wahrscheinlich. Gastkommentare? Ja. Gastkommentare? Montorme. Ja. Ich hab auch Gastkommentare im Stream. Gastkommentare. Gast. Nein, ich hab da auch Gastkommentare. Sag mal hallo. Sehst du? Gastkommentare. Hört man kaum. Ich hab Gastkommentare. Ja, das stimmt. Aber jetzt hör'n bloß nicht an wie wie Julians Vlog, ey. Korax, das ist so ein Scherz. Apropos, was ist eigentlich mit dem Julians Vlog, hat sich da irgendwann mal was ergeben in letzter Zeit? Also das mit dem einen Video, was er da gemacht hat, von wegen, äh, wie er Alibus-Warner vergassen und so. Habt ihr das mitbekommen? Ne. Ne. Quatsch, nein. So. Ich weiß, wie gut es ist. Also drei Eimer kann jetzt noch rausholen. Deggy. Wo holst du dich denn raus? Der ist immer noch weg. Ja. Richtig. Genau da. Halt da. Schon wieder nicht hier. Oh, so. Ich glaub, ich glaub, ich hab so Feld Lava weg. Oh, ich hab dich falsch geschrieben. So, mal Azurion leckt, mein Kopf, im Stream ein bisschen. Das sieht bei mir so aus, als würde das lecken. Im OBS. Keine Ahnung wieso, das sieht eben komisch aus. Aber vielleicht sieht das an der FPS. Ne, es wird nichts weniger. Komm. Also mehr Lava kann ich jetzt nicht rausholen, weil, äh, meine Kiste ist voll. Wir wissen eigentlich, wo wir es an die Wand schreiben, Deggy. Äh, nicht Deggy, Tommy meint ich. Ne? Tommy meint ich, wir wissen auch, wir es an die Wand schreiben, nicht Deggy. Ich hab mich versprochen. So, ja. Alle, die da sind. Ach so. Bist du die erste haben? Apropos, äh, es wird Zeit. Oh, danke für den Link. Was, Kat-Gar? Ja. Was ist Kat-Gar? Kat-Gar. Saune-Multi-Twitch-Plattform. So. Ist die besser als Multi-Twitch, oder? Ja, siehst du auch die Chats von den anderen mit. Ah, okay. Also besser. Ja, bei Multi-Fisch sitzt du da auch den Chat. Nee, du musst du meinen und her wechseln. Äh, nee. Klein, ich habe ja eher ganz andere Idee. Ich könnte ja Multi-Twitch speziell für uns beide, könnte ich das ja auf einer extra Seite machen. Das wäre ja auch ne Idee, also, oder die, die, nee, lieber nicht die, die existieren und umwandeln, das ist glaube ich keine gute Idee. Nee, 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 die existieren ja, die bleibt so, weil, äh, die habe ich ja für dich gemacht. Aber ich meine, dass ich nochmal eine mache, die dann uns beide anzeigt. Mein Kaffee ist schön leer und Kaffee holer, ist grad weg. Wie viel Kaffee solltest du eigentlich? Das gibt's doch nicht. Ja, so viel, dass ich wacht, nein. 50 Winter am Tafel, stimmt. Ich sauch aber auch diese Kaffee. Wieso bist du nicht neben einer Kaffeefabrik gezogen? Neben einer Kaffeefabrik. Eben, ich trinke auch nichts. Kiko Toro. Der beste Kaffee ever. Welcher? Kiko Toro, gibt's in der Schweiz. Das sagt mir nichts. Ja, das sagt fast niemandem was, aber das ist der beste Kaffee. Das ist eine goldene Verpackung, den gibt's nur in der Schweiz. Weil die goldene ist es denn? Nee, nee, weil, das ist wirklich der allerbeste Kaffee. Ich kann keinen, aber besser schmeckt. Ist das ein, ist das ein, ist das ein No-Name-Projekt, äh, No-Name-Produkt von Toshiba? Äh, nicht Toshiba. Wie heißt's? Kiko Toro? Wie heißt denn die, 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 die Kaffee-Marke da die berühmte? Nee, 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 das ist keine No-Name-Produkt von irgendeiner anderen Kaffeesorte. Und ich muss neue Spitzhacken machen. Das ist eine wirklich beliebte Firma und in der Schweiz ist der extrem berühmt. Das war super. Das war super. Das bin ich, das bin ich schon wieder hin und, jetzt muss ich nicht nur noch hin, weil es ist mal, habe ich die, äh, die, die Dingens, die Schienen weggelegt, das ist mein Spitzhacken kaputt, mein letztes da wieder zurück und Spitzhacken machen. Äh, brauchst du noch Schienen an, ich hab noch welche da. Aber ich hab noch welche, glaub ich hab noch einige Menge. Wenn die Meile gehen, ist dann schon Bescheid. 5. Gibt die? 5. 5. 5. 5. 5. Ich hab doch gesagt, dass ich bald da bin, ich bin bei der Biegung bald angekommen. Wir haben schon mal die Hälfte geschafft, ungefähr. Die Hälfte habe ich schon mal geschafft. Also, wenn ihr mal Glas braucht, im Ofen ist welches? Noch nicht. Ist der Ofen? Ich will da nicht, aber auch keine Fenster mehr mehr raus. Jetzt hat er mal den Schaden wieder noch. Ich hab nicht, ich hab nicht mal mehr ein Haus. Der Dekki, was will ich mit einer Eisenachst? Er ist eben noch weg. Er hat sich aus gesehen gemütet und merkt es nicht. Und der ist einfach nur schüchtern. Pferdchen ranholen, ja. Was willst du jetzt hier ran holen? Ein paar Pferdchen hole ich noch ran, ich will die züchten. Ein paar Maultiere für jeden. Äh. Sag mal, wo kommt eigentlich krass auf die Feindfinition der Musik? Keine Ahnung. Die, 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 die spiel'n nämlich hier, dance, hilft der Ball am Fisch. Ach, der ist in seinem Haus. So. Oh, er warst du eigentlich schon so weit, dass du in den Weltraum konntest, bei F8? Bei was? Konntest du bei F8 schon in den Weltraum? Nein. Ah, okay. Du, du, du. Du vergesst dir das Lied noch gar nicht. Also ich war schon mal, äh, vor irgendwie 200 Jahre oder so war ich mal so weit, ja. Eben, ich hab's ja schon mal durchgespielt, aber ich hab alles komplett vergessen. Ich hab mein erstes, erstes, erstes Mal das F8 in Nerds Blade durchgespielt, von daher. Also bei mir dauert's jetzt noch einige Zeit, bis ich Final Fantasy VIII wieder, äh, weitermach. Vor allem, da er jetzt, äh, Nirex dann einen Final Fantasy Run machen will. Auf jeden Fall, findest du, Ivan? Final Fantasy Run. Was heißt das? Speedrun. Ne, ne, kein Speedrun. Er hasst Speedruns, Gottseidank. Bei ihm, äh, ich schau ja keine Speedruner zu. Ich auch nicht. Ich find das total, irgendwie... Ich find das auch total dämlich. Eben, und, ähm, ne, er macht einen Final Fantasy Run. Das heißt, er macht einen Final Fantasy nach dem anderen Tour. Ach so, also das, also das, was ich auch mal, also das, was ich auch mal als Display vor hatte. Äh, keine Ahnung. Das hatte ich echt mal als Display vor, das hab ich dann einfach nie gemacht, weil ich halt irgendwie... Ich hab's, ich hab's schon mit Final Fantasy III fertig aufgenommen, aber hat's noch nicht hochgeladen. Ne, eben, er will dann Final Fantasy Run machen. Also alles nach der Reihe eins nochmal und dann durchmachen. Dann wünsch ich ihm sehr viel Spaß mit Final Fantasy II. Das ist total scheiße, das Spiel, wie ich finde. Wer heißt? Was? Final Fantasy II. Weil da musst du mich breiten müssen, geht nicht mehr. Gut, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er bei eins anfängt. Sollte ja, ne, so. Sollte er, aber ich glaube, er fangt bei sieben an. Das macht was dann für Sinn, wenn er dann sagt, einen Fall, ich fände sie nachher an, dann macht das doch nicht alle nachher an. Dann fängt man bei eins an, ansonsten ist das kein Run für mich, ganz ehrlich. Ne, bei den meisten fangt's wirklich, äh, bei sieben an. Ne. Ich kenne viele, die machen auch an und fangt bei sieben an. Weil ich wann sage, dann macht ich eins. Aber ich glaube, ich weiß eben, er doch noch bei eins anfängt oder nicht. Ich hab keine Erwartung. Also ich mache ja sowieso nur eins bis zwölf, wenn ich das irgendwann mal weitermachen. Abwesehen kann's ja nicht machen. Ja, abwesehen von der Ace. Übrigens meine Netterwortsen sind jetzt so viel, dass ich's hergeben kann. Braucht jemand halt, ja? Was, 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 was so Zeug? Netterwortsen sind bei mir jetzt so viel, dass ich's hergeben kann. Braucht jemand welche? Ne, ne, ne. Ne hab ich selber noch irgendwo, wahrscheinlich. Braucht keiner, okay. Ist das so hin und ist immer noch da? Ja, ist immer noch da. Und Tommy ist auch drin in Shit, okay? Ja. Nur Deggy ist gerade Deggy. Wortspiel. Ja, ich lieb Wortspiele. Ne, ganz ehrlich, ich hab Final Fantasy 2. Habts ihr vielleicht schon gemerkt? Ich hab Final Fantasy 2 fertig aufgenommen und hab da, glaub ich, 30 Stunden nur gegrindet. Und hab vorgespult. Das Grinden. Wobei ich aber auch extremst überlevelt war am ganzen Ende. Jetzt darf mal kurz keiner bei mir reinschauen. Alle hinschauen. Ne, weil ich will's schnell anschauen beim Deggy. Was macht denn der da? Ich will nicht... Frische Wäsche anziehen. Tuschen gehen. Ne, was wird denn das? Was macht der da? Aber das ist cool, da mit seinem Namen da im Berg. Ne, was macht der da? Hallo? Ja. Ja, das hier ist sogar auf der Karte den Namen von oben. Ja, ich weiß. Ich auch. Hä? Deggy. Tommi, jetzt machst du nur der Engel schon wieder. Lass mich das doch mal machen. Warte. Lass mich doch... Was in deinen Tunnel fertig macht. Ja, aber fummelt doch nicht mal dran rum. Das kann ich... Das mach ich. Das mach ich. Ja. Ich mag das nicht, wenn jemand bei meinen Sachen rumfummelt. Ja, das ist ja sein Tunnel. Ja, es ist eigentlich Tommys Tunnel, aber ich mach den halt. Das ist an meinem Projekt. Ja. Vor allem hast du voll die Fakten vergessen, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Weißt du, vor allem weil ich auch das Zeug sammle. Den ganzen Dreck, den alle nicht sammeln, den sammle ich. So scheiße, hab ich immer einen 50-Trum, ich hab es doch und hab. Ich sammle einfach gerne. So. Wo macht das? Wo kommt jetzt der Tunnel zum Nerex? Wo kommt jetzt der genau hin? Keine Ahnung. Ich bin noch nicht mal mit Tommys Tunnel fertig. Ich müsste beim Bahnhof auf die Karte gucken. In welche Richtung ich bauen muss. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Nein. Ich wollte ja sowieso auch irgendwann... Das lustiger ist, ich wollte ja auch irgendwann... 3, 3, 4... Irgendwann mal, äh... Äh... Die ganze Super Mario Spiele mal spielen. Alle. Ja. Okay. Also alle, die man so emulieren kann. Ähm. Ach, du reißt, ey. Was meinst du? Also Super Mario Bros. auf Gameboy. Ja, das auch. Also so Remakes erst nicht unbedingt. Stein. Nein. Ist Holz. Wo hab ich Holz? Und dann nachher die auf die... Holz. Na ja, da müsst ihr mir vorher erst mal... ...n Ding ganz hoher... ...n äh... ...n Capture Card. Holzbein, genau. Von daher... So... Äh... Ich kann's eigentlich schon wieder Schienen verlegen, ne? Ich fahr jetzt glaube ich nur noch zurück und da mach ich erstmal den Stream aus. So... Äh... ... äh... So... Ich kann das schlich abschätzen, ich messe jetzt nicht die Strecken gehabt. Jetzt ist es falsch. So... Äh... Äh... Aus was macht man jetzt eigentlich am Tisch? Aus einer Druckplatte, gell? Ja. Einen... äh... Wie heißt es? Einen... Zaun in der Druckplatte, glaub ich. Ja. Ich benutze das nicht. Ja, ich will jetzt, äh... Ich mach noch ein paar Tische da aufstellen und so. Oh, Deko. Dafür gibt's Deko-Kraft. Ja, das haben wir aber nicht installiert. Ich weiß. Es gibt keine Mods hier. Nein. Fangen wir jetzt wieder an mit dem Basis-Mod und Nicht-Mod. Ich kann ja irgendwann, wenn ich mein Geld hab, vielleicht meinen zweiten Server mieten. Das... Das geht ja... Ich hatte mal ein, aber ich hab den Nose laufen lassen jetzt. Ja. 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 Ja.